Weißt du eigentlich, wie viele Kilometer 30 Meilen sind? Ne, das habe ich mich schon immer gefragt. Guck mal, das ist ja richtig cool. Okay, Charlie, du musst jetzt echt tapfer sein. Das Problem ist, du hast nächste Woche Dienst, Montag, von 8 bis 22 Uhr hier. Dienstag von halb sieben bis 22 Uhr. Mittwoch ist nicht ganz so schlimm, da hast du nur von halb neun bis 22 Uhr. Hallo. Hi. Dr. Keth fürs Jugendzentrum Highlight. Das ist für dich. Bitte sehr. Danke. Gerne. Danke schön. Super. Endlich. Ganz vielen Dank. Ich bleibst da mit. Ja, die werde ich ganz sicher haben. Das ist immer soweit. Ey, das ist die Playstation. Die wollte ja doch für uns bestellen. Ich glaube wirklich, das ist die Playstation 16 pro Max. So. Oh, warte. Los. Ab in den Urlaub mit euch. Schöne gehen. Schönen Urlaub. Schönen Urlaub. Schönen Urlaub. Schönen Urlaub. Schönen Urlaub. Ich komme. Schönen, sie sind weg. Dann können wir uns in die Pläser holen. Keiner ist mehr da. Lass uns einbrechen 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 Empau Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020